Jetzt gegen Frankfurt, als Armin Younes eingewechselt wurde, standen sage und schreibe fünf Eigengewächse der Borussia auf dem Platz. Du wärst wahrscheinlich gern das Sechste. Hast du dir da einen Zeitplan vorgenommen? Es ist ja auch eine Auszeichnung der Borussia, dass einfach viele Eigengewächse in die erste Mannschaft geschafft haben. Und klar, will ich es auch schaffen. Das ist keine Frage, deswegen bin ich hier und gebe im Training immer alles. Versuche mich bestens zu informieren. Wer da klingelt, vielleicht kommen die beiden gleich, das sehen wir gleich. Peniel Mlappa und Granit Xhaka, die schnappen wir uns dann gleich auch noch. Die versuchen dieses Interview zu zerstören, schaffen sie aber nicht. Wie sind die Jungs sonst so? Die sind cool drauf, wie man ja schon hier macht. Die machen schon mal den ein oder anderen Streit. Kommt mal kurz rüber, kommt mal kurz rüber, ganz kurz. Jetzt trauen sie sich wieder nicht, ne? Jetzt trauen sie sich nicht, naja. Sind sie immer so, ne? Ja.